Wir möchten eine Bewegung haben, wo das Fliege in der Flugphase schon ein Problem ist. Das heißt, wir fliegen hier einen einstelligen Schritt auf, einer halte. Was jetzt mal das kommt. Ihr seht schon, ich bin ganz locker angegangen, ganz locker angegangen und der Partner fliegt schon durch die Luft. Also wir brauchen hier einen einstelligen Schritt, diesen Hüpp. Und der hat wahnsinnig Power.